Welche Blumen mögen Sie am liebsten? Fahren Sie gern herum? Hoffen wir, dass der Sommer angenehm wird? Sag etwas, hm? Sag Ihnen, ich danke Ihnen. Es ist mein Vergnügen. Es ist nicht schön, einfach so da zu stehen. Es ist mir peinlich. Die Nase. Ja, ich weiß auch nicht, was das für eine Nase ist. Ja, jetzt zähle ich es wieder. Sie scheint wirklich hübsch zu sein. Sie ist natürlich gut angezogen. Tachkleidchen, Schnürsel und Anhängsel. Alles in Ordnung. Er ist ein bisschen nervös. Seien Sie ganz umgezogen. Was war ich denn wert? Was habe ich gemacht? Ich habe gelebt und gelebt. Ich habe meinen Dienst getan jeden Tag. Ich habe gegessen und geschlafen mit einem Wort. Ich war der nicht zagendste und gewöhnlichste Mensch auf der Welt. Jetzt das sehe ich wie dumm. Alle, die sind denn nicht heiraten. Du müsst lieber kussen. Das habe ich noch nie erlebt.